Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Banjo Kazumi! Äh, ich trödele gar nicht rum, sondern versuche möglichst schnell alles nachzuholen, was ich kaputt gemacht habe durch meinen Tod. Ja, mein Nendo, mein Tod. Naja. Äh, ja. Wir müssen da rein, weil wir looten und ich glaube sogar... Nee, hier glaube ich war kein Jinjo, aber irgendwo war noch ein Jinjo. Also, was? Wirklich? Irgendwo war ein Jinjo? Das glaube ich ja nicht. So, tschüss. Okay. So. Alle looten eingesammelt. Und raus hier. Ja, wo als nächstes hin? Ich glaube... Ja, die sind ganz gut jetzt in einem Moment. Zack. Zack. Die haben mich schon eingemmelt. Hm, 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 auf der einen Seite. Hm, 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 hm. Oh, hier schon? Ah, hier ist der Jinjo, der eine. Stimmt. Gut, dass er jetzt wirklich nach mir ruft. Hier, weil die, wo ich war. Also der Schalter zumindest. Okay, dann... Und ich glaube, da waren da Noten. Ich weiß jetzt gar nicht, was war denn das hier überhaupt. Äh, ich weiß es nicht. Wir sehen es gleich. Ach ja, das Puzzleding. Ja, hier war nichts. Und auch Noten. Okay. Muss hier überall... Also müssen hier überall Noten verstreut rumliegen. Ey, was ist das denn? So. Okay. So. Puzzleteible. Der hat gespeichert. Auf jeden Fall. So, dann können wir weiter hier Noten einsammeln. An dieser... ...in dieser... ...Konstellation. Äh... War ich hier schon alle? Nee, da. Da fehlen ja. Genau. So. Zack. 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 So, dann... ...schwimme ich mal runter. Einfach mal hier, weil ich hier grad bin. Und... Jo. Oh, klasse. Ihr habt eure bisherige Bestleistung... ...öbertroffen. Yeah. Das ist eigentlich schlecht, weil wir... Ich habe irgendwas noch nicht eingesammelt, aber das... Naja, an sich ist es... Ich überleg grad, hab ich irgendwas verkackt hier? Nee. Hab ich irgendwas überschwemmt, was nicht sein sollte? Aber ich glaub nicht. Diese Flugplatten sind nur da, damit ich... Ich will die nicht machen. Noch nicht. Also... Ich bin noch hier, um zu gucken. Bisschen umgucken. Waren wir schon überall? Ich glaub, jetzt können wir die Mitte machen. Sofern ich nichts verpasst habe. Irgendwo hab ich jetzt noch nicht die Noten eingesammelt. Na egal. Machen wir erstmal das hier. Ja, komm. So. Wir müssen wieder was füttern. Mit Eiern. Oh. Friss. Ich glaub, ich muss zwischendurch neue Eier holen. Ach, so süß. Das sah komisch aus. Also so ist es wesentlich einfacher. Es gibt auch Methoden, das früher zu machen, wenn das Wasser noch nicht da ist. Dann ist da unten Treibsand, was dich halt... ... gerne umbringt. Und... ...ja. Das ist dann nicht so schön, eigentlich. Mist. 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 Äh, ja. Ich muss gleich Eier holen oder so. Äh. Ach shit. Ich hab einen geschossen, aber der hat noch nicht... ...der hat nicht gezählt. Witzig. Okay. Hm. Jetzt hab ich ein Problem. Immer da oben sind Eier. Die kann ich nutzen. Ach, mal schauen. So. Okay. Ich glaub, das ist auch der Letzte, den wir... Ah, der Vorletzte. Ich glaub, der Letzte. Okay. Und dann hol ich mir auch nochmal die Noten. Eierchen, Eierchen. Du, 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 du. Hm. Hm. Ich sollte besser aufpassen. Ja. Die Plattform ist auch noch kleiner geworden. Und er bewegt sich natürlich auch nochmal schneller. Der ist irgendwie einfach... Weil man auch so nah ist. Hm. Ja. Wenn die wollen. Yeah! Ich hoffe irgendwie, dass keine Noten auf Bäumen sind oder so. Das war nervig. Ach Mist. Ich hab mir trotzdem nochmal wieder ein paar Eier. Damit ich mir jetzt ein bisschen... ... habe. Ne, ist ja nie... Ah, jetzt nochmal was mit Kazooie. Kommt man hier raus, oder? Kann gut sein. So. So. Gehen wir mal rein. Ich glaub, das ist meine Lieblingspyramide. Hier ist was cooles. Dies ist Grabstätte von König Sand... Sandy Butts. Verschwinde jetzt. Oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Nooo! Ihr habt nicht auf mich... ... auf unsere Warnung gehört. Nun rennt um euer armseliges Scheißleben. Ich bin falsch gelaufen. Ja, ein Labyrinth. Und die Musik wird immer schneller. Ich kenn das Labyrinth ja nicht. Ich weiß nicht wohin ich geh. Oh Gott. Irgendwo ist auch noch ein Hexenschalter. Ich glaub auf der linken Seite. Ich glaub ich bin richtig für den Hexenschalter. Nein, hier sind noch Federn. Ah! Ich... Die werden mich umbringen. Was passiert dann? Krieg ich einen Schaden? Einen Schaden oder... ... oder sterbe ich? Oh mein Gott, da ist der Oscar. Aber ich will den Hexenschalter. Ich brauch den Hexenschalter. Oh Gott. Schaff ich nicht mehr mehr. Oh, immerhin hab ich den aktiviert. Den kann mir keiner mehr nehmen. Oh Gott. Was passiert jetzt eigentlich? Oh Gott, die Tür... Die Musik ist einfach... Das hab ich noch nie gesehen. Witzig. Ich bring mich um. Ist der Hexenschalter jetzt gedruckt? Ja komm, halt die Fresse, Alter. Halt einfach deine scheiß Fresse. Hör nicht auf unsere Warnung gehört. Ich bin ein Arschloch. Ich gucke noch mal lieber, ob der Hexenschalter gedrückt ist oder nicht. Aber müsste eigentlich, wieso sollte er nicht gedrückt sein? Okay. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Hier ist ein Jinjo. Ich habe dich gehört, Jinjo. Jinjo. Ich wollte gerade sagen, Alter, es ist mir zugegangen. Man geht mir auf. Ja, es fehlen nur noch die Noten und ein Jinjo. Also beziehungsweise die Jinjos. Ah, hier ist der Ausgang gewesen. Okay. Ich überlege gerade, wo die letzten Noten gewesen wären. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich weiß nur bei... Ach Gott, da unten auch noch. Ja, ihr müsst jetzt alles ertragen. Dafür gehe ich nicht... Nicht aus dem Level, bis ich alles fertig habe. Hier war der... Ich kann bekommen, Schädel. Äh, ja. Der Part wird erst enden, wenn ich dieses Level verlasse. Mit allem, was ich brauche. Tut mir leid für die Scheiße. Ich bin einfach zu schlecht für diese Welt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich bin sonst besser am Spielen. Keine Ahnung. Heute habe ich wohl einen schlechten Tag. Oder sowas. Ich weiß nicht. Das habe ich noch nie erlebt, dass ich so scheiße bin. Nein. So. Da müssen wir auch noch hin. Moment. Dann gehe ich da rein. Oh. Dann warten wir doch mal auf unsere Mitfahrgelegenheit hier. La 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 la. Immerhin kann man so ein bisschen farben, nicht wahr? Hm. Hm, 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 hm. Da, 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 da. Ich heule. Hallo. 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 Du hast dich wieder verkrochen. Du sagst mir gar nichts. Deswegen quäl ich dich. Stimmt ja. Du freut es mir. Ich verlasse diese Wüste und versuche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen, Mann. Tschüss. Das kann man gar nicht öffnen. Das kann man gar nicht öffnen. Ja, ob das mit diesem, ähm, ist, äh, ja, keine Ahnung. Mir fehlen noch ein paar Mönchen, so von denen ich nicht weiß, wo sie sind, meine ich. Wo ist der Headteppich hier? Kommt er schon? Und wieder mal hole ich mir diese Kacken-Noten. Ich hasse euch alle. Hä, ich hab schon wieder 50? Wow. Am einfachsten, es ist einfach, äh, einfach, einfach, ähm, ja, erst in die Pyramiden und so reinzugehen, glaub ich, weil dann hat man's hinter sich und man kann halt nicht so frei sammeln, sondern man muss halt erstmal rein und bla bla bla. Erstmal das zu erledigen ist, glaub ich, ganz gut. Na, juck deine Nase, ey, ich meine, ist die wieder verstopft? Go, 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 go. Ach, kacke, ich brauch ja gleich wieder Eier. Ach, Mann. Wenn er sich auch nicht richtig positionieren würde. Momente, so vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Ja. Gib mir diesen Sound. Das ist so schön. Ah, das ist besser. Jinxys Nase ist jetzt wieder mal frei. Oh, hier sind weh, so ein paar Eier. Und ne blöde Kackhand, Mann. Cool. Oh, ich hab mehr Leben, oder? Ha, ups. Hab ich voll ignoriert? Hab ich mehr Leben? Nee, oder? Hä? Ich hab mehr Leben bekommen, oder? Ich hab keine Ahnung, Mann. Na, Jinxiu? Kennst du mich noch? Ich bin der, der dich immer verliert. Oh, ich dich hasse. Ach, das hätte man vielleicht in einem Dings machen können. Hab ich nicht bedacht. Hätte ich mir ein Ei ersparen können. Mensch. Och, das hat getroffen, lol. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Er verzieht immer so, wenn ich... Wenn er schon geschossen hat, irgendwie. Moment, so. Nein, voll daneben. Ich will die andere Seite haben. Mann. Ach, Mann. So kann ich doch nicht sehen, wo er trifft. Nein, wieder daneben. Oh, Gott. Vielleicht von so dann... Bitte, bitte. Ja. Ich kann noch nichts sehen, ey. Okay. So. Okay, Nummer 1 erledigt. So, das in der Mitte habe ich schon eingeseilten. Dann... Dann... Dann habe ich mal wieder die im Sand da. Dann habe ich mal wieder die im Sand da. Du verarschst mich nicht. Nochmal. Ach, aber doch. Die ist sehr traurig. Okay. Du verarschst mich. Ich bin so delightful. Habe ich den Jinjo eingesammelt am Anfang? Ich weiß es gerade nicht. Das war der Gelbe, ne? Ah ja, will ich. Oh ja, war das der Lila? Hm. Keine Ahnung, Mann. Hm, 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 hm. Oh, ich war fast runter. Nee, 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 nee. Okay, zwei verpasst. Mist. Mist, 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 Mist. Ich hab die noch ... Ah, ich weiß. Er ist auch einfach nicht eingesammelt. Okay, tschüss. Okay. Kein Problem, ich kann ja hier hoch und die einsammeln. Komm, ich hätte eigentlich ans Ziel gehen können und das einfach nochmal machen können. Oder vielleicht hätten die mich dann nicht verfolgt oder so und dann den Hexenscheiter drücken können. Aber nein, ich war zu gierig. Ich habe einfach gemacht, wie ich es gemacht habe und das war doof. Ist mir egal, ich habe ein Leben mehr. Da waren, glaube ich, keine Minuten. So. Hier warten wir bei Jinjo und ich springe natürlich wieder in den Treibsand. Oder in den giftigen Kacksand. Was passiert? Oh, das ist okay. Oh, ich habe... Habe ich... Oder? Ist der Gelbe echt vom Anfang? Wenn ja, dann haben wir alle... Oder könnten alle wollen. Na, mal gucken. Ah, nee, der... Okay, wir haben, glaube ich, alle... Der eine ist ja... Nee, wo war der eine? Ich weiß es gerade nicht. Ach, Mann. Meine Bestleistung habe ich übertroffen. Schon das zweite Mal. Ähm... Und jetzt? Irgendwo war ich noch nicht drin. Ich weiß gerade nicht wo. Ah, ja klar. Wie so ein Kazooie-Ding. 50 Federn sind echt wenig zum Funken, eigentlich. So. Dann, 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 dann... Ja. Dann, 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 dann... Hm, joo. Alter. Dann muss ich jetzt nach oben oder nach unten lenken, um nach unten zu fliegen? Nach... Unten. Okay. Mängstens schadenfrei. Äh, so, genau. Hier war kein Jinjo drin. Hm, mir fehlt ein Jinjo. Sind hier acht Noten drin, bitte? Bitte sind acht Noten acht. Nicht nur sechs. Ja. Ja, wir haben alle Noten. Wir können sterben, wie wir wollen. Ihr habt tatsächlich alle Noten bekommen? Oh mein Gott, das ist ja ein Wunder. Also, jetzt Jinjo. Ist das der, der am Anfang war? Ja, weiß es nicht. Ich guck lieber, bevor ich hier suche. Ohne Ende oder so. Ich glaube, ich hab mich diesmal nicht umgedreht und den Not. Ich weiß es nicht. Ich bin sofort auf Gobi losgegangen. Ah, ja. Juhu, wir haben's fertig. Wir haben's geschafft. Ah, ein Wunder. Ja. Okay, ich hau ab, ey, diese Wüste. Äh, tschüss. Ah. Und die Bestleistung dieser Welt ist nur hundert Noten. Immer noch wundersam. Ja. Ich hole noch dieses Puzzleteil, was wir hier bekommen haben. Nenntens das hole ich mir ab, diesen Hexenschalterpuzzleteil, weil ich hab's mir verdient. Hm, und ja, dann. Ja, dann wende ich den Part. Hm, doch, relativ pünktlich eigentlich. Ging schneller, als ich gedacht hab. Kann ich eigentlich jetzt schon hier runter? Ich glaub, das bringt nichts, weil... Oh, doch. Jo, ja, hau. Okay. Gut. Äh, dann haben wir gleich zwei Puzzleteile bekommen. Das ist doch auch schön. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir irgendwie... Ich geh schon mal zur Wüste dann und... Oder nein, ich geh. Ihr werdet schon sehen, wo ich dann bin. Wir sehen dann. Ich werd mich auch heilen. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Und tschüss. 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 . Bis zum nächsten Mal.